Wir haben einen geheimen Raum in Herrn... Haus gefunden. Wie genau wir darauf gestoßen sind und was die Spuren eines mysteriösen Tunnelgräbers, der unter der Stadt sein Unwesen treibt, damit zu tun haben, erfahrt ihr im Laufe des Videos, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. In unsere Snowdown-Videos fließen tagelange Arbeit in Form von Planung, Schnitt und Aufnahme der Cinematics, weswegen uns jeglicher Support enorm unterstützt. Also lasst unbedingt einen Like und einen Kommentar da und jetzt viel Spaß mit der fünften Folge Minecraft Snowdown. Falsches Intro, pardon. Wir müssen Geld einführen. Nein, nein, kein Geld, kein Geld. Es muss gehandelt werden, es muss gehandelt werden. Charlie, ach du heilige Mutter Maria. Also was ist mit diesem Grundstück? Welche kriege ich? Also wir haben 15 Dias momentan. Nein, das ist zu viel. Das ist sau schwer, ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt. Wieso, einfach einen Preis ausdenken oder was? Ja, irgendwie ist das ganz mega schwer. Auch in Fähren, wo dann beide einfach zufrieden sind. Naja, ich bin eigentlich mit allem zufrieden, solange ich das Grundstück bekomme. Und solange ich jetzt nicht zwei Stunden Farben muss. Bevor ich das Grundstück allerdings abkaufen konnte, gab es noch einige andere Dinge zu klären. Unter anderem ein Villager-Trade mit Lorloff, der mithilfe von Onkel Ulfs Logistikunternehmen abgewickelt wurde und nicht allzu tadellos abgelaufen ist. Was ist mit dem Villager eigentlich geschehen? Mit dem... Mit der wetten Person? Äh, 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 also, äh... Ja, aha, äh... Zudem gab es ein großes Finanzgespräch, in dem diskutiert wurde, ob denn eine Währung eingeführt werden solle. Da jedoch noch kein Bürgermeister gewählt wurde, habe ich die Vorschläge zunächst entgegengenommen und sie beantwortet. Ja, wir haben uns entschieden, ob wir jetzt so zum Beispiel eine Goldtaler nehmen, den Goldtaler dann entchanten und das dann als Zahler bezeichnen, ne? Ja. 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 Oh mein Gott. Hallo. Ey, wir fahren gerade so leise, Aris. Hallo. Digga, du kannst dich nicht jedes Mal erschrecken, wenn ich reinkomme. Digga, aber wirklich, das ist wie von hier bis nach ganz vorne oder so bis hier. Ne, erstmal bis ganz vorne. Ich weiß noch nicht, wie monumental das Rathaus wird. Ich glaube aber, ich brauche den schon den ganzen Platz hier. Ja, dann würde ich links neben den Turm gehen dann einfach. Mit deinem, mit deinem Privatgrundstück oder was? Äh, mit meinem Privat, ja. Vertragskiste, Boss. Machen wir das mit dem Kaufvertrag, dann kann ich noch eben einen schreiben eben. Äh, ne. Wir machen ohne. Wir machen... Ja, okay. Okay, mit, mit, mit Hand und Spucke machen wir. Bestätigst du, dass ich hiermit dieses Grundstück hinter deinem Hause kaufe? Ich bestätige es. Okay, dann gebe ich dir die Zahlung an Gewollt. Einmal die Kiste, bitte. Okay, verständlich. Zehn Dias waren gewollt. Freundschaftspreis der LeMoney Corporation. Wir geben dir elf. Du kannst doch nicht einfach eins neben die Mitte machen jetzt. Es kommen noch mehr Sachen. Zusätzlich habe ich noch zwei Freundschaftsgeschenke. Wir haben einmal den Dildo und... Ist der schon geused? Nein, und ein Seifenblasengloberer. Sind Sie einverstanden, Juts? Hiermit bin ich einverstanden. Okay, dann... Oh, das wollte ich nicht. Danke. Was passiert denn hier? Ach du liebes bisschen. Ach du heilige Mutter Maria. Ist der Endzugang da? Endzugang ist noch nicht da, ne. Das wird so nächste Woche irgendwann gemacht. Erst nächste Woche, okay. Ja, ja, weil wir wollten das erste in die Zeitung schreiben, damit halt Leute wissen, jo, bla bla, es wird geschehen. Ich habe gar kein Essen. Ich muss mir einige Kartoffeln braten. Weil mehr ist nix, ist... Also es ist halt auch nicht so... Also ich hab Lava bloß. Ah. Okay, Freunde. Riesige Notmeldung. Wir haben es den 9. Dezember, 21 Uhr. Horsten ist auch schon ganz, ganz obstruus. Gohan meinte, jemand hat einen anonymen Brief geschickt an seine Zeitung, dass wir hier Menschenhandel betreiben. Und hier ein Gehege voller Villager quasi haben. Das gleiche hat er auch über Checkpoint gesagt, dieser Anonyme-Bahn. Ich weiß es auch nicht, ob das jetzt damit verbunden ist, aber schaut mal unsere Villager an. Was ist da geschehen? Irgendwer hat das hier geöffnet, notdürftig irgendwie zugebaut, Wasser rein platziert. Was ist denn da geschehen? Ich kann mir vorstellen, dass das eventuell wirklich diese anonyme Person war. Aber warum hat sie dann das eingereicht? Ich werde jetzt mal ein bisschen mit Onkel reden. Ja, hallo, schönen guten Tag. Da ist Lipney mit bei dir. Ja, ja. Ja, der hatte mich nicht gefragt, weil er sagte mir, oder er hatte mich gefragt, ob ich Äpfel habe. Okay. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin gerade angekommen und sehe dann meine Villager, finde die in diesem Zustand vor. Das erscheint mir sehr obstrus. Warum sagen Sie das so? Ich frage mich nur, haben Sie sich mit irgendjemand angelegt? Das einzige, was ich gefunden habe, sind Untergrundtunnel, die zu all unseren Kisten führen. Ja, also mit dem Tunnel und so, das habe ich auch schon gesehen, dass unter meiner Taverne und so Keller alles voll ausgehöhlt war. Wollen Sie mal mitkommen? Ja, das schaue ich mir doch gerne mal an. Ich habe das nämlich auch zugebaut, weil ich Angst hatte, dass mir irgendwas ist. Ja, also hier geschehen wirklich obszöne Dinge, sage ich mal so. Ja, gut, Herr Niedrich, Sorgenhütchen. Er hat hier erstmal noch nicht meine Base. Wollen wir jetzt? Ah, was ist... Aber von wem ist das? Das ist von Herrn Niedrich, oder was? Würde ich jetzt schätzen. Also hier gibt es einen mysteriösen Tunnelgräber und einen, der sich an Villagern vergreift. Das ist natürlich merkwürdig. Oh. Hier ist man schon bei der ersten Base. Ich mache das mal eben auf. Ja. Das ist das Feld vom lieben Onkel. Das ist ja... Guck mal, das habe ich dir zugemacht. Hier sind wir bei meinem Kistenlager. Ach du Liebesbüßchen. Da frage ich mich wirklich, wer sowas machen würde. Ja. Heilige Mutter Maria. Also das ist ja wirklich Breaking News. Ach du Liebesbüßchen. Das hier ist glaube ich noch von Herrn Niedrich. Also ich habe die... Das ist ja Herr Niedrich. Also das ist nur eine Vermutung. Herr Niedrich? Nein. Der war halt so viel in seinem Haus oder so. Ich habe den auch nicht gesprochen. Aber er meinte, wäre es nicht gewesen. Ich meine, ich könnte jetzt auch Herr Niedrich, um ganz ehrlich zu sein, nicht zutrauen. Der Mann ist ja Arzt. Das kann der ja nicht machen. Also... Und wo geht es hier hoch? Das frage ich mich auch noch. Ähm... Was ist das hier? Oh. Hoch. Oh. Ach du Liebesbüßchen. Ist hier Blut? Was ist das hier am Boden? Was um alles in der Welt? Ja, sie müssen sich hinlegen. Was ist denn hier los? Das sieht noch ein Taten aus. Muss ich ehrlich sagen. Muss ich tatsächlich auch sagen, ja. Ich glaube, wir brauchen den Sheriff. Das muss ich Herrn Johann definitiv sagen. So, und hier sind wir noch woanders. Das ist Herr Niedrichs Haus. Oh. Was treibt Herr Niedrich hier? Das ist ja in Herr Niedrichs Haus. Vielleicht war... Vielleicht ist es Herbert. Ja. Puh. Ach du Liebesbüßchen. Das ist mir völlig neu. Herr Niedrich will mit mir sprechen. Ja, ich nehme die Gelegenheit direkt. Hallo meine Herren. Ach. Hey, hey. Guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, wir stehen dich erstens nicht. Nee. Ich wollte tatsächlich eh noch ein Wörtchen mit dir verlieren. Mit mir? Ja. Ja, das machen wir später. Das machen wir gleich. Ja, gut. Folgendes Ding. Ich wollte ja eine Raid Farm bauen. Paprika ist ja vorher gescheitert mit seiner Gang. Wir haben uns jetzt insofern zusammengeschlossen. Zum Beispiel eine Raid. Also Raids mit einem Level von 1. Mhm. Da sind aber Leute gespawnt. Die waren... Die... Ich werde mal ganz kurz hier aus der Druckweg gehen und in stille Neon Johans Nachrichten verfassen. Sekunde. Hallo Johann. Ich schreibe diese Nachrichten in äußerster Not. Es geschieht Besorgniserregendes hier in der Stadt. Es gibt einen geheimen Tunnelgräber, der sich von Lager zu Lager gräbt. Das Merkwürdige daran, der Tunnel entspringt aus Herr Niedrichs Keller. Herr Niedrich hat in einem Gespräch mit Ulf diese Anschuldigung verneint. Allerdings werde ich ihn mir nochmal genauer unter die Lupe nehmen, da er zudem noch etwas anderes verbirgt. In seinem Haus gibt es hinter einem Gemälde einen versteckten Raum, in dem unter anderem Blut zu finden ist. Ich werde ihn jetzt umgehend am besten direkt zu seinem Grundstück bringen. Hallo. Der Checkpoint folgt mir. Hallo. Wie geht's dir? Was machst du so? Ja, ich gehe zu Herrn Johanns Grundstück und werde ihm einen Brief dort hinterlassen. Ein Moment, ein Moment. Okay. Wir haben ja doch hier so Pferde. Darf ich mir das eben geholfen? Für den Ritt? Ja. Also, ich lasse sie hier mal alleine. Vielen Dank für das Pferd, eins, zwei, eins. Trag das mal direkt hier hinunter. Hallo. Hallo. Klopf, klopf. Verwirrt. Hallo Herr Niedrich. Ich grüße Sie. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Wollen wir mal ganz kurz in einen privaten Sprachraum eintreten. Das Passwort ist das andere Geschlechtsteil. Nein. In klein geschrieben. Mumu. Es gibt eine Frage, die ich habe. Wie hat er das reingeschafft? Haben Sie schon von diesem Tunnelgräber gehört, der hier in der Stadt sein Unwesen treibt? Ein Tunnelgräber? So halb, ja. Ich nehme da mal an, das ist ein wirklich höchst versatiler Dieb, der hier sein Unwesen treibt und hier diese Kisten klauen bzw. den Inhalt der Kisten klauen möchte von den anderen Bewohnern. Nur das Merkwürdige an der Sache ist, dass der Tunnel aus Ihrem Keller verläuft. Also, das kann natürlich nicht sein. Wenn Sie erlauben, ich könnte Sie da eben hinführen zu den Tunneln. Ja. Nicht, dass ich Ihnen jetzt irgendwas unterstellen will, aber das erscheint mir sehr mysteriös. Gab es denn schon erste Diebstähle? Also, von Diebstählen weiß ich nichts. Die haben mir zumindest nichts gesagt. Also, Sie sagen, Sie wissen nichts hiervon, von diesen Tunneln? Nein, nein, nein. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Also, Herr Dietrich, wir kennen uns jetzt schon lange. Sie haben mich häufig behandelt in der alten Stadt damals. Tatsächlich, ja. Betreiben Sie irgendwelche Experimente? Ich, ähm... Also, ich verstehe tatsächlich nicht, wie Sie darauf kommen. Also... Wir kennen uns wirklich zu lang, dass wir hier solche Anstellungen jetzt... Ja, deswegen ist das auch sehr obszön, was wir zusätzlich noch gefunden haben. Und das ist wirklich... Zusätzlich gefunden? Jetzt müssen Sie mich aber wirklich aufklären. Also, darf ich Sie wirklich einmal direkt da hinführen? Hier drinnen befindet sich eine gewisse Sache und das sieht mir hier aus wie Blut und... Nein, das sehe ich... Können Sie mal bitte aus meinem Haus gehen, tatsächlich? Jaaa... Also, wissen Sie, was es damit auf sich hat, mit der Sache hier? Nein. Okay. Also, meine Praxis hat halt tatsächlich auch bald offen. Vielleicht sehen Sie auch ein wenig Geister. Ich mache ja auch eine Psychiat... Also, nicht Psychiatrie, das ist ja ein bisschen weit gegriffen. Jaaa... Aber ich werde mich natürlich mit lauren Kopfen hier, werde ich mich ein bisschen beschäftigen. Vielleicht ist es ein starkes Trauma, welches sich angesammelt hat durch die Kriege und Kämpfe. Ja, ich muss auch also tatsächlich sagen, dass ich noch immer ein bisschen mitgenommen bin von diesem einen Tag, an dem wir flüchten mussten. Das wird statt. Nun gut, Herr Niedrich, dann bedanke ich mich für die Gespräche. Bitte passen Sie auf in Ihrem Keller, wegen den Tunneln. Das ist eine merkwürdige Sache. Ja, ich glaube, das ist eine Infestition, keine Ahnung, vielleicht Ratten oder sowas. Die, die Tunnel gegraben haben? Jaja, ich habe davon gehört. Also, das sind tatsächlich Ratten, die auch schaufeln. In dem Fall, Herr Niedrich, ich verabschiede mich. Oh, das wollte ich tatsächlich. Ich habe noch einige Sachen zu tun am heutigen Tage. Und ich wünsche Ihnen noch was. Tschüssi. Ich werde Sie umbringen. Herr Niedrich, was machen Sie denn da? Ich werde Sie die hinbeziehen. Oh, das wird jeder. Ja, ich werde dir da. Ich werde sie nicht. Ich werde sie gerade mit.